zehn palmer brauchen dich ok mal schauen wo die ganzen zehn leute sind da sind drei vier fünf drei minuten zeit und nein ich war nur kurz weg und nun dies ich kann es nicht glauben noch so ein unheil ist sehr übel einige dorfbewohner stecken in dem feurigen schleim und vor kurzem habe ich noch alle evakuiert was geht hier nur vorsicht ich könnte es tut mir leid dich immer zu belästigen aber bitte hättest du eventuell zeit uns noch einmal zu helfen zehn dorfbewohner stecken fest du musst dich beeilen jaha drei minuten reichen so frische dusche so da haben wir noch da haben wir auch noch sehr gut wunderbar hier haben wir noch einen hier ist noch einer ok so das haben wir auch sehr gut dann haben wir hier noch einen komoppa sehr gut einer fehlt noch gut dann haben wir es ja innerhalb von zwei minuten geschafft cool du hast mich gerettet vielen dank gerne und von denen die wir jetzt befreit haben kriegen wir alle eine blaue münze noch das ist das geil also müssen wir jetzt alle erstmal anquatschen damit wir die blauen münzen kriegen ich habe es jetzt extra nicht gemacht haben wir jetzt aber einige ich habe es jetzt extra eingelassen weil wir die zeit hatten die uns im nacken stand aber so haben wir jetzt unsere blauen münzen trotzdem danke für deine hilfe so hier ist nichts da freuen sich noch ein paar die geben bestimmt auch noch ein paar blauen münzen ab danke für deine hilfe ja kein problem danke schatzi danke dir ja kein ding ich glaube es gibt 200 blauen münzen wenn ich jetzt so richtig zähle hier cool du hast mich gerettet vielen dank ey ich wollte nicht dass du mich wirfst die blauen münzen nehme ich aber die blauen münzen nehme ich aber so den haben wir noch danke schatzi danke für die blauen münzen da ist noch einer cool du hast mich gerettet vielen dank jawoll 170 blauen münzen da sind wir jetzt bei 100 sonnen wenn wir die ausgeben würden geil läuft ja so das schlimme ist ja beim vulkan da gibt es ja auch noch welche dann die ranzukommen ist schon hardcore so ist nichts ok da ist nichts da dachte ich aber los bewegt dich der bürgermeister wartet naja ich geh gleich ich will mich kurz umgucken hier so so ist nichts ok so so ist nichts gut gut ja dann ah da ist noch eine blaue münze ok die schnappen wir uns auch noch uns fehlen echt nicht mehr viele noch 29 blauen münzen dann müssten wir eigentlich alle haben so dann gehen wir mal zum bürgermeister der freut sich bestimmt über die nachricht dass wir alle gerettet haben der wird stehen hier du hast plaza della palma gerettet wir schulden dir etwas nimm dies als belohnung ja die belohnung nehme ich gerne ne sonne warum nicht das ist Nummer 84 jetzt haben wir 101 eine sonne ich guck mal wie weit ich noch mache ich werde soweit machen wie ich schaffe und ja die blauen münzen dann muss ich mal gucken wie ich das mache aber ich glaube die blauen münzen die muss ich ja im nächsten stream dann machen die schaffe ich jetzt nicht mehr alle vor allem ich weiß auch nicht ganz genau wo alle sind da müsste ich wirklich erstmal suchen und die zeit habe ich hier nicht mehr so na komm schon den kriegen wir der ist doch schon so gut wie weg komm hoch mit dir das gibt es nicht das gibt es nicht ja wunderbar ah das vergesse ich dir nicht ne mir egal und das sind die 85 sonnen geil Piazza Delfino jetzt kommen wir auch in den Vulkan rein alles klar oh ach ne müssen wir jetzt sogar da rein ne eigentlich nicht wir können doch hier machen ne können wir ne ne ich glaube wir müssen in den Vulkan rein ach ne ich guck mal kurz ob wir hier oben die roten Düsen auch kriegen oder ob wir die grad gar nicht kriegen äh ok ich glaube wir müssen erstmal Bosa machen ach na super ok dann machen wir ne Bosa den würde ich dann im nächsten Stream angehen eigentlich den will ich noch nicht jetzt machen nächsten Stream nicht jetzt der ist sowieso schon hardcore den schaffe ich doch jetzt nicht vor allem erstmal dahin kommen zu Bosa ach Mist ne na gut dann werden wir es so machen ich werde Bosa erst im nächsten Stream machen ich werde im nächsten Stream auch erst weitermachen dann bedanke ich mich erstmal hier mit bis äh bis hierhin mit zuschauen bei euch und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Stream wieder wo wir dann Bosa endlich mal fertig machen können nachdem er ja hier mit seinem Sohn die ganze Insel um hier geflutet hat aber das kriegen wir hin das ist kein Problem immerhin haben wir schon 85 Sonnen plus die 17 nochmal extra das sind 102 fehlen uns also noch 18 ein paar sind ja noch ein paar sind ja noch in der Oberwelt hier rote Münzen sammeln teilweise und äh geheime Sternen noch in den Level finden da hinten in dem End Level noch zum Beispiel und ja also wir haben noch ein bisschen was vor wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Stream wieder und in der nächsten Aufnahme gleichzeitig ne also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen Ciao Oh